Wir haben kurz über die unterschiedlichen Gehirnwellen gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie diese Gehirnwellen auch mit bestimmten Entwicklungsstadien zu tun haben. Also der Delta-Zustand bei kleinen Kindern 0 bis 3 Jahre, dann dieser Theta-Zustand, wo man einfach alles glaubt, zwischen 3 und 7. Dann kommt dieser Alpha-Zustand von 7 bis zur Pubertät. Ab der Pubertät, dann mit der Geschlechtsreife, fangen die Beta-Wellen an. Ab da sind wir eigentlich nur noch in Beta-Wellen unterwegs. Und trotzdem können wir uns noch daran erinnern, also wie war das vielleicht, als wir so mit zwölf Jahren da unterwegs waren, gespielt haben. Und wir erleben das eigentlich auch jeden Tag, wenn wir aufwachen, dass wir aus dem Alpha-Zustand langsam hochkommen in einen Beta-Zustand. Wir haben uns diese Einheit angeschaut, Gedanken pro Minute und haben gesehen, im hohen Beta-Zustand, also fährt das Gedankenkarussell wie verrückt. Je weiter wir runterkommen, desto weniger Gedanken pro Minute kriegen wir. Im Alpha-Zustand wird es immer weniger. Und dann mit dem Eintritt in den Theta-Zustand 0 Gedanken pro Minute. Dort sind wir vollkommen in der Präsenz, vollkommen in der Wahrnehmung entweder unseres Umfelds oder auch unseres eigenen Körpers. Und das, habe ich ja schon gesagt, ist das Tor, ist der Eingang zu einer vollkommen anderen Welt. Also dort, wo wir im alltäglichen Leben die äußere Welt erleben, fangen wir dort im Theta-Zustand an, diese innere Welt zu erleben. Also wir können da wirklich gucken, welche Gefühle kommen hoch. Zum Beispiel beim Qi Gong stehe ich dann da und merke so, ah, ich habe da eine Blockade im Rückgrat. Also denke ich natürlich nicht, spüre ich dann. Und spiele dann so lange damit rum, denke, ah, das ist der Wirbel vorher, das ist der dahinter. Bis sich auf einmal diese Blockade löst und dann entsteht, wird vielleicht ein Gefühl frei. Also ich fange auf einmal an zu weinen oder eine ganz große Traurigkeit oder vielleicht kommt auch so etwas wie Aggression hoch. Und dann merke ich so, ah, auf einmal ist das Gefühl weg und die Blockade ist weg und ich denke, ah, ich spüre, wie ich meinen Rückgrat wieder vollständig wahrnehmen kann. Und wenn man noch tiefer geht, das ist auch der Zustand, wo ich dann mich auf einzelne Energiezentren in meinem Körper fokussieren kann. Wenn man jetzt sagt Energiezentren, dann klingt das wieder unglaublich abgefahren und dann hat man sofort diese indischen Grafiken vor sich, also mit diesen farbigen Symbolen überall. Und man denkt, ja, das ist alles richtig, aber das gibt es auch tatsächlich eine wissenschaftliche Erklärung dazu. Also all diese Energiezentren sind eben wissenschaftlich, sind die mittlerweile entdeckt und beschrieben worden. Und so wäre praktisch, dieses Wurzelschakra ist wirklich der Beckenboden, also es ist unsere Verbindung zur Erde, wo ich merke, wenn ich in der Hüfte beweglich bin, dann habe ich diesen, diesen Bodenkontakt, der extrem wichtig ist für alle Sportarten, beim Kampfsport, auch beim Tanzen und die Beweglichkeit in der Hüfte. Dann habe ich das, was die Chinesen das untere Dantien nennen, also das sind die, das sind die Verdauungsorgane, wo ich auch jede Form von Fremdenergie aufnehmen und umwandeln kann. Auch das intuitive Wissen kommt aus dem Bauch. Wissenschaftler haben herausgefunden, dass also in den Verdauungsorganen im Darm, also mehr neuronale Verknüpfungen existieren, als im Gehirn. Und dass zum Beispiel der Serotoninhaushalt im Gehirn sehr, sehr viel mit unserem Darm zu tun hat. Also wenn ich eine Störung in den Verdauungsorganen kriege, erzeugt das eine Störung im Serotoninhaushalt im Darm. In der Folge habe ich eine Störung des Serotoninhaushalt im Kopf, das ist das Glückshormon. Solaplexus ist praktisch das, was uns auf Angriff gegen Angriff, auch ein energetischer Schutzschild sozusagen. Das ist tatsächlich ein Nervengeflecht, das auch entdeckt wurde. Und auch die Erfahrung habt ihr schon gemacht. Also wenn man in den Raum reinkommt, ich weiß nicht, die letzte Sitzung ist vielleicht ein bisschen schräg gelaufen, da war richtig dicke Luft und man kommt rein und merkt, wow, also hier ist echt eine Spannung im Raum und merkt richtig so, wow, also Lebergalle da unten, so direkt unter dem Brustkorb, Brustkorbansatz, da zieht sich was zusammen. Und dann muss man nur gucken, aus welcher Richtung das kommt. Und dann steht wahrscheinlich noch ein Mensch mit hochhoben Kopf und denkt so, aha, okay, der ist sauer, alter Schwede. Das können wir tatsächlich körperlich wahrnehmen. Das ist die Funktion des Plexus oder Plexus. Ah, da stimmt jetzt was nicht, da ist jemand aggressiv. Okay, dann reagiere ich drauf. Also irgendwie da versuche ich wegzukommen oder wenn der jetzt näher kommt, dann gehe ich sofort in Abwehrhaltung. Dann das nächste wäre das Herz. Und das Herz hat tatsächlich ein eigenes Nervengeflecht. Also alle anderen Organe sind ja abhängig vom autonomen, vom vegetativen Nervensystem. Also die kriegen, werden gesteuert über das vegetative Nervensystem, das Herz nicht. Also bei der Herztransplantation kennt man das Phänomen, das Herz wird entnommen und schlägt weiter. Was eigentlich nicht sein dürfte, weil ja das autonome Nervensystem dafür zuständig ist. Aber das Herz kann trotzdem weiter schlagen, weil es ein vollkommen eigenes Nervensystem nochmal in sich trägt. Und das ist tatsächlich auch sehr interessant. Im Moment, wo wir Meditation machen, wo wir unsere gesamte Aufmerksamkeit aufs Herz geben, dann entsteht auch ein unglaublich starkes elektromagnetisches Feld um uns herum. Es ist physikalisch wirklich messbar. Und es gibt jetzt ein Institut in Oregon, das Heart Math Institute, die entdeckt haben, in dem Moment, wo ich Meditation mache auf das Herz, entsteht eine Synchronisierung. Also alle Organe, alles, was in meinem Körper passiert, wird wieder synchronisiert und gleichgeschaltet und ausgeklickt. Als Nächste wäre praktisch der Kehlkopf. Und das ist tatsächlich der Zugang zu unseren inneren Energiebahnen, auch das Sprachzentrum. Dann geht es weiter mit der Höhenanhangdrüse. Das ist vielleicht so ein bisschen das Spannendste. Das wird auch in allen esoterischen Traditionen beschrieben. Also eine ganz kleine Drüse im Gehirn, die sieht so ein bisschen aus wie ein Tannenzapfen. Und wenn die anfängt zu feuern, dann passieren spannende Sachen. Die wird zum Beispiel aktiv im Schlaf, im Tiefschlaf zwischen zwei und vier Uhr morgens. Da wird Melatonin ausgeschüttet. Das ist ein Hormon, das sehr, sehr stark die Heilung beeinflusst. Zum Beispiel also Krebszellen, das ist was ganz Normales im Körper. Melatonin wird dann ausgeschüttet und regt die weißen Blutkörperchen an, diese Krebszellen dann zu vernichten. Die Höhenanhangdrüse kann dann auch noch andere Sachen machen. Die kann zum Beispiel DMT ausschütten, ein starkes Halicinogen, kann den Körper in Stasis versetzen oder auch super starke Heilungen erzeugen. Und das ist nur so ein bisschen, so ein kleiner Überblick, was dieses endokrine Drüsensystem so kann. Eben eine tiefe Meditation im Täterzustand, die eröffnet praktisch das Tor in diese Welt. Was? Krätschert Praktiert Ta. Untertitelung des ZDF, 2020